so wir haben jetzt auf jeden fall schon mal es hat wieder geleckt wir haben zwei kleine universe kabel noch und jede menge jelurium der der lois metacom kann ich hinterher warte mal wenn ich da jetzt was kann ich da rausnehmen was ist jetzt nicht ganz so wichtig nehmen wir mal ein kopper raus und tun dafür da ein flint rein packt er dann ja geil dann packt er auch flint in die sekme geil okay nice dann habe ich jetzt unsere erzverarbeitung automatisiert zumindest für acht erze reicht ja erstmal können ja nachher gucken welche er zu überwiegen dann packen wir die einfach ein gewäck zombie so eine geh weg hallo hast du hast du die mob farm schon am laufen ja nur mit spinnen ja wo kommen dann die zombies her aber steht der digital miner noch oben naja hä 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 funktioniert glaube ich nicht mit diesen multiplayer acht oder dings es gab mal general gibt es nicht ich habe keine ahnung ich verstehe ich sowieso kaum alles klar ja ist mal wieder discord ne grow chamber aber dafür brauchst du 6 accelerator aber drei haben wir schon im boden dafür brauchen wir fluix dinge geil wir kriegen noch ein so ein blog in nice jetzt haben wir auch kein quars glas und keine me cable mehr ich könnte kotzen dafür brauchen wir fluix dinge und fluix dinge haben wir jetzt gerade auch nicht du ich habe versucht zu automatisieren was konnte ja ja charge zertus quarts nether quarts und reds ach wir ich glaube ich wo ist der digital miner phoenix wo ist der digital miner der steht oben in der nähe ach ja ich gehe jetzt auf redstone suche das fackt mich nämlich voll ab funktioniert die villager mit den spinnen bitte nein aber hier sind tausende von creeper gespawnt ja in den gang den du hier haben wir spawnen die ganzen creeper ach so 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 Schaut mal, inner query, item mode, send, fluid mode, send, energy, receive. Hello? Ah, jetzt läuft er. So, draconium, alles klar. Ziegen geht weg, wenn ihr meinen Tesserat fresst, ne? Dann gibt's Klatscher. Und schon wieder ne draconium. Ähm, aber wir brauchen Speedupgrade für den Digital Miner. Wir, nur das reicht halt nicht, wenn er unterwegs ist. Wieso? Der Strom, da brauchen wir viel viel mehr Strom. Ich betreibe den gerade mit unserem Hauptstrom. Ja, dann geh nur und hol dir das Speedupgrade. Wir haben so viele davon. Ach, ach so, okay. Hm, hm, hm. Äh. Meteorit, Höhle. Warte mal, Home sollte ich vielleicht mal weg machen. Beziehungsweise editieren. Home, alt. So, aber die Höhle müsste auch... Ja, hier ist der Hintereingang. Ja, ne, ist klar. Was ist los? Da ist hier mal ein Ogre oben auf unserer Brücke gespawnt. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Wie kann man... Skelett ist hier auch noch. Nice. Geh weg. Wie kann man was? Nö, nö. Hat sich geklärt. Guck. 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 Nichts interessantes drin. Die Plastik-Sheets vielleicht, aber egal. das kann auch alles mal die spawn hier so ich sollte die magneten vielleicht nicht überall anmachen das kann erst mal wieder alles hier rein wobei warte mal blödsinn windturbinen und universal cable ihr kommt oben mit dran so speed da mitnehmen packen wir alle rein da ist der strom so und so dann sind die jetzt dran und wir gehen wieder auf die suche nach redstone geh weg spinne so upgrades so 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 mehr speed geht nicht alles klar ich habe nichts mehr zu essen steht ich komme mal eben wieder zurück sag mal willst du eigentlich auch noch terraria aufnehmen oder ich bin gerade voll in dem projekt und alles klar so nana 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 hier stehen wir auch noch mal eine verkehren ich verhungere ich hätte vielleicht fliegen bleiben sollen boah ich bin drei blöcke vor meinem system gestorben und natürlich im dorf gespawnt weil da unsere betten stehen aber ich komme eben mit unseren betten können wir da mal eben schlafen gehen warum warum steht der villager nicht das schmelz schmelz weil keine lava drin ist muss der lava drin sein ja sonst heizt die nicht wie soll der sonst verbrennen brauchst oder kommst du mal eben schlafen Ja, ich komm so Hallo, wo rennst du hin? Wo hast du denn die Betten hingestellt? Ja, ich stand gerade neben dir Im ME-Raum Einfach nur mal eben Willst du mich verkackeiern? Ja, ich muss das Kabel neu entfernen Hä? Hä? Loll Ja, hör auf mit der Wrench drauf zu kloppen Alter Ich hab ein Stück vor dem Bett einfach ganze Zeit gedreht So, jetzt haben wir Ey, siehst du das? Hä? Loll Alles klar Guck mal, wo ich gestorben bin, toll, ne? Ja Geil, ey So Da 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 So, eins, zwei, drei Vier Fünf So, so Das kann erstmal weg Das hoch, das hoch, das hoch, das runter, das runter Mein Angel Ring wurde in den anderen Grabstein gepackt. Wie dämlich ist das denn? Ja, das passiert immer, wenn du irgendwelche Ringe hast.